Kapitel 25.1 Einführung in die Thematik und Grundsätzliches zum Verständnis Nachdem wir oben die sieben Siegelgerichte betrachtet haben, wenden wir uns jetzt den sieben Posaunengerichten zu. Auch hierzu gibt es sehr viele Auslegungen, Vermutungen und Spekulationen. Vieles von dem, was über diese Bibeltexte gepredigt wird, ist meines Erachtens nicht nachvollziehbar, weil nicht schlüssig. Schauen wir uns auf der Basis dessen, was wir bisher erarbeitet haben, auch diesen Text einmal genauer an. Kapitel 25.2 Vorbemerkungen Erstens. Die Offenbarung berichtet von sieben Siegelgerichten, sieben Posaunengerichten und sieben Schalengerichten. Aber sie spricht auch noch von sieben Donnern. Das, was diese sieben Donnern geredet haben, soll Johannes nicht aufschreiben. Auch hier finden wir also wieder eine Struktur der 3 und 1. Die sieben Siegelgerichte, die sieben Posaunengerichte und die sieben Schalengerichte sind aufgeschrieben, aber die sieben Donner sind nicht aufgeschrieben. Die 3 und 1 Struktur beschreibt Gerichte Gottes. So gesehen ist es also nicht verwunderlich, dass bei den sieben Siegel, den sieben Posaunen, den sieben Schalengerichten und den sieben Donnern die 3 und 1 Struktur auch wieder zu finden ist. Das zweite, was zu beachten ist, ist, dass sich die Siegel, die Posaunen und die Schalengerichte, ausgehend von der zunächst groben Beschreibung der allgemeinen Weltgeschichte in den Siegelgerichten, mehr und mehr konzentrieren bis hin zu endzeitlichen Details innerhalb der Schalengerichte. Das wird in unserer Betrachtung an späterer Stelle wieder wichtig werden. Die sieben Siegel handelten noch von der Weltgeschichte in einem ganz groben Überblick. Die sieben Posaunen hingegen handeln von der Geschichte Israels und Jerusalems bis zur Endzeit und die sieben Schalengerichte handeln schließlich von endzeitlichen Details während der 70. Jahrwoche. Wovon die sieben Donner handeln, ist uns wie schon gesagt nicht überliefert. Wir stellen also fest, dass es sich innerhalb der Offenbarung nicht um eine lineare Abfolge, sondern sozusagen um eine Erzählung in konzentrischen Kreisen handelt. Noch ein letztes. Bei den Posaunengerichten fällt auf, dass immer wieder die Formulierung der dritte Teil erwähnt wird. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und so weiter. Dieser Ausdruck der dritte Teil hat offensichtlich eine besondere Bedeutung, denn er kommt insgesamt 14 Mal in den Posaunengerichten vor. Genauer gesagt kommt er in den ersten vier Posaunen zwölf Mal und in der sechsten Posaune zweimal vor. In der fünften Posaune hingegen steht der Begriff der dritte Teil nicht. Wir finden in den Posaunengerichten also eine 12 und 1 Struktur, ganz ähnlich, wie wir sie schon einmal in dem Brustschild des Hohen Priesters gefunden haben. Dazu später mehr. Dies vorweggeschickt, schauen wir uns jetzt den Text selbst an. Kapitel 25.3 Die Posaunengerichte Auslegung In Offenbarung 8 Vers 6 folgende steht Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und der erste blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel. Und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wehrmuth. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wehrmuth. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Auffällig ist, dass auch die ersten vier Engel, die die Posaunen blasen, die 3 und 1 Ordnung aufweisen. Denn einmal heißt es, der erste blies seine Posaune und dreimal heißt es, der zweite, dritte, vierte Engel blies seine Posaune. Der Grund dafür ist bekannt, denn es handelt sich um Gerichtsengel und auch hier ist die 3 und 1 Ordnung wieder zu finden. Bei der Auslegung der Posaunengerichte beginnen wir bei der dritten Posaune, da diese am einfachsten zu verstehen ist und den gedanklich schnellsten Zugang zur Bedeutung der Posaunengerichte ermöglicht. Kapitel 25.3.1 Die dritte Posaune Offenbarung 8 Vers 10 folgende Der Stern, der uns hier begegnet, ist der Satan, der vom Himmel ausgestoßen wird und mit Gerichtsfeuer Gottes brennt. Denn der gleiche Stern öffnet in Offenbarung 9 Vers 2, also in der fünften Posaune, den Brunnen des Abgrunds, aus dem seine Dämonen hervorsteigen. Der Stern, der hier beschrieben wird, kann also nur der Teufel sein. Nun stellt sich uns die Frage, wann ist das geschehen? Der Herr Jesus sagt in Johannes 12 Vers 31, nun geht das Gericht über die Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Wir wissen sicher, dass der Fürst dieser Welt der Satan ist. Das geschah aber laut Johannes 12 noch zu Lebzeiten des Herrn auf der Erde vor 2000 Jahren. Damit würde sich aber die dritte Posaune auf die Zeit vor 2000 Jahren beziehen. Das ist für viele Leser sicherlich eine ungewöhnliche Aussage. Die Posaunengerichte gelten im Allgemeinen als für die Endzeit und nicht für die Vergangenheit. All die grausamen Gerichte, die dort beschrieben werden, befürchten viele Christen in der Zukunft zu erleben oder ordnen diese zeitlich in der Zukunft ein. Wenn aber diese dritte Posaune in der Vergangenheit liegt, müssen zumindest auch die erste und die zweite Posaune in der Vergangenheit liegen. Aufgrund der Bibelstelle in Johannes 12 verstehen wir aber, dass diese Posaune schon in der Vergangenheit geblasen wurde. Wenn aber diese dritte Posaune in der Vergangenheit liegt, müssen zumindest auch die erste und die zweite Posaune in der Vergangenheit liegen. Wie schon gesagt, ist diese Sichtweise dem ein oder anderen Leser sicherlich ungewohnt. Aber wir werden nachher sehr viel deutlicher sehen, dass die ersten vier Posaunen allesamt in der Vergangenheit liegen, denn hier wird das Gericht und die Beiseitesetzung Israels vor 2000 Jahren beschrieben. Nach dem, was wir oben festgestellt haben, ist die dritte Posaune nicht zukünftig, sondern bereits in der Vergangenheit geschehen. Denn eben weil der Satan damals ausgestoßen wurde, ist unser Kampf gegen die Fürsten und Gewaltigen und Geister in der Luft. Erlauben wir uns also, diese Posaune in die Vergangenheit zu verlegen. Kapitel 25 Punkt 3 Punkt 2 Die zweite Posaune Offenbarung 8 Vers 8 folgende Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Das Meer ist in der Schrift ein Bild auf die Menge der Nationen. In dieses Nationenmeer fährt nun etwas wie ein brennender Berg hinein. Nehmen wir an, dass dies der Berg Zion, der heilige Berg Gottes sei, und er stehe stellvertretend für das ganze Volk Israel. Paulus spricht in Römer 11 Vers 7 folgende von der Beiseitesetzung Israels. Genau das gleiche, wenn auch in bildhafter Sprache, wird uns hier in der zweiten Gerichtsposaune vorgestellt. Israel, der Berg, wurde gerichtet durch Feuer, indem Gott sein Volk unter die Nationenvölker, das Meer, zerstreute. Also geschah auch diese Posaune bereits in der Vergangenheit, denn in dem Moment, wo der König Jesus Christus von seinem Volk Israel nicht angenommen wurde, wandte sich Gott ab und zerstreute sein Volk unter die Nationen. Der Berg wird brennend ins Meer geworfen. Kapitel 25.3.3 Die Bedeutung der Formulierung der dritte Teil. Oben haben wir erwähnt, dass der Ausdruck der dritte Teil in den ersten vier Posaunen zwölfmal und in der sechsten Posaune zweimal vorkommt. Warum ist das so? Fragen wir uns zunächst, von wem stammt die heutige Weltbevölkerung ab? In 1. Mose 10 Vers 2 wird berichtet, dass Noah oder genauer seine drei Söhne, Sem, Ham und Japheth, die Stammväter aller Menschen sind. Völkisch gesehen entspricht Sem Israel, Ham entspricht Nordafrika und Japheth entspricht Europa. Wenn nun Gott an seinem Volk Israel, sprich an Sem, Gericht übt, ist das aus biblischer Sicht der dritte Teil der Menschen. Wenn das so ist, bekommt der Terminus der dritte Teil eine interessante Bedeutung. Es liegt nämlich nahe, dass mit dem Ausdruck der dritte Teil das Volk Israel, die Semiten gemeint sind. Dann wäre in den Posaunengerichten vorwiegend das Gericht Gottes an Israel beschrieben, was sich inhaltlich mit der Verwendung des Begriffs der dritte Teil ausdrückt. Damit aber nicht genug, denn Israel wird sowohl inhaltlich durch die Formulierung der dritte Teil als auch strukturell durch die 12 und 2 angedeutet. Denn die 12 steht für die zwölf Stämme Israels und die 2 steht für die zwei Zeugen, die am Ende der Zeit noch zum Volk Israel dazukommen. Somit haben wir einen weiteren Anhaltspunkt für die Bedeutung des Begriffs der dritte Teil und die 12 und 2 Struktur und wollen untersuchen, ob sich diese Sichtweise im Verlauf der Betrachtung über die sieben Posaunengerichte aufrechterhalten lässt. Kapitel 25.3.4 Die erste Posaune Offenbarung 8 Vers 6 folgende Wenn man diese Verse als konkrete Aussage versteht, könnte man sich der weitverbreiteten Meinung anschließen, hier sei von Umweltschäden, Baumsterben etc. die Rede. Dann würde man allerdings innerhalb der Posaunengerichte konkrete Sprache mit bildhafter Sprache vermischen, was wir hier aber unbedingt vermeiden wollen, um eine durchgängige Auslegung des Textes zu ermöglichen. Es muss sich auch hier um ein Bild handeln, das der Auslegung bedarf. Denn wenn die dritte und die zweite Posaune schon zur Zeit Jesu bzw. kurz darauf stattfanden, dann kann die erste Posaune nicht von Umweltschäden reden, denn zur Zeit Jesu gab es das noch nicht. Versuchen wir die Bedeutung der ersten Posaune aus dem Zusammenhang des Alten Testaments zu finden. In Psalm 1 Vers 1 bis 3 steht geschrieben, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Die Bibel vergleicht hier einen Menschen, der Gott treu ist, mit einem Baum. Nehmen wir also ein alttestamentliches Wort zum Schlüssel für das Verständnis der Stelle in Offenbarung 8 und nehmen an, es gehe hier ebenfalls bildhaft um Menschen. Paulus tut einmal etwas ganz ähnliches, wenn er schreibt, sorgt Gott für die Ochsen oder sagt es nicht alle Dinge um unsretwillen, denn es ist ja um unsretwillen geschrieben. Also sorgt sich Gott in erster Linie auch nicht um die Bäume, sondern um uns Menschen. Oben sagten wir bereits, dass die dritte und die zweite Posaune von der Zeit des Gerichts an Israel vor 2000 Jahren handeln. So sind auch in der ersten Posaune Menschen, genauer Juden, dieser Zeit gemeint. Das, was für Gott fruchtbar sein sollte, Bäume, grünes Gras und so weiter, verbrannte. Gott übt Gericht an Israel. Halten wir das bisher Gesagte kurz fest. Die Auslegung der Verse unter Zuhilfenahme bekannter Bilder des Alten Testaments legt die Vermutung nahe, dass die ersten drei Posaunen sämtlich in der Vergangenheit liegen, also schon geschehen sind. Sie beschreiben bildhaft das Gericht Gottes an seinem Volk Israel durch dessen Beiseitesetzung und Verwerfung vor 2000 Jahren. Nachdem wir nun bei der ersten Posaune angelangt sind, gehen wir jetzt wieder vorwärts zur vierten Posaune. Kapitel 25.3.5 Die vierte Posaune Und der vierte Engel blies seine Posaune, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Wie schon gesagt, findet sich auch hier der Ausspruch der dritte Teil wieder. Das Verfinstern von Sonne, Mond und Sternen bedeutet in der Schrift durchweg Gericht Gottes. Daher wird also auch in der vierten Posaune immer wieder bildhaft das Gericht Gottes beschrieben, und zwar an Israel vor 2000 Jahren. Die vierte Posaune schließt die Reihe des Gerichts an Israel ab. Denn die fünfte Posaune ist von den ersten vier Posaunen und von den beiden letzten Posaunen abgetrennt und stellt einen Einschub dar. Das ist auch formal im Text durch zweierlei gekennzeichnet. Erstens durch die Weherufe. Die ersten vier Posaunen sind von den letzten drei Posaunen getrennt, denn diese Posaunen werden als drei Weheposaunen beschrieben. Offenbarung 8, Vers 13. Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaunen der drei Engel, die noch posaunen sollen. Die fünfte Posaune wird als das erste Wehe beschrieben. Offenbarung 9, Vers 1 bis 21. Und der fünfte Engel blies seine Posaune. Die sechste Posaune wird als das zweite Wehe beschrieben, denn nach der Posaune steht in Offenbarung 11, das andere Wehe ist dahin, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. So die Luther-Übersetzung von 1912. Die neue evangelistische Übersetzung schreibt, das zweite Unheil, das der Weheruf angekündigt hat, ist vorüber. Das war die sechste Posaune. Doch das dritte steht unmittelbar bevor. Mit dem dritten Wehe ist dann die siebte Posaune gemeint. Meiner Auffassung nach ist der Grund, warum die letzten drei Posaunen mit den drei Weherufen verbunden werden, dass die ersten vier Posaunen in der Vergangenheit geblasen wurden, während die letzten drei Posaunen erst in der 70. Jahrwoche kommen, also noch zukünftig sind. Der zweite Grund ist das Fehlen des dritten Teils. Zudem finden wir in der fünften Posaune nicht mehr den Ausdruck der dritte Teil, sodass sich folgende Einteilung ergibt. Dann folgt im Buch eine Tabelle, in der die 12 und 2 Ordnung abgebildet ist, wobei in den ersten vier Posaunen zwölfmal der dritte Teil vorkommt, in der fünften Posaune nicht und in der sechsten Posaune dann wieder zweimal. Wir sehen hier also, dass innerhalb der Posaunengerichte die 12 und 2 Struktur wiederzufinden ist, die wir bereits in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich behandelt hatten. Dort hatten wir festgestellt, dass die 12 und 2 Struktur immer im Zusammenhang mit Israel steht. Verkürzt können wir sagen, dass die 12 stets für die 12 Stämme Israels im Alten Testament steht und die 2 für die Zeugen im Neuen Testament. Alle 14 haben also eine enge Verbindung zu Israel. Das ist der erste Grund, warum die ersten vier Posaunen sich allein auf Israel beziehen und bereits geschehen sind. Das, was uns die Bibel in diesen ersten vier Posaunen beschreibt, betrifft den geistlichen Niedergang und die Verwerfung und Beiseitesetzung des alttestamentlichen Volkes Gottes vor 2000 Jahren. Das alles begründet die Vermutung, dass die ersten vier Posaunen speziell auf Israel zu beziehen sind. Die Gründe hierfür sind erstens die inhaltlichen Aussagen der einzelnen Posaunen, zweitens die Bedeutung des Ausdrucks der dritte Teil, drittens die Anzahl zwölfmal der dritte Teil und zweimal der dritte Teil. Erst in der sechsten Posaune geht es um irdische militärische Auseinandersetzungen bzw. Kriege. Um die fünfte Posaune verstehen zu können, müssen wir uns zunächst noch einmal mit Daniel 8 beschäftigen und dort den Begriff 2300 Abende und Morgen klären. Anschließend kommen wir wieder zur fünften Posaune zurück. Kapitel 25.4 2300 Abende und Morgen In Daniel 8 empfängt Daniel die Vision von dem Witter und dem Ziegenbock. Seine Vision führt vom König in Griechenland, das große Horn des Ziegenbocks, über die vier Hörner des Ziegenbocks, die vier Diadochenkönige, bis zu dem kleinen Horn in der Endzeit Damaskus und zeichnet daher eine rein griechische Linie. Das kleine Horn wächst bis an den Fürsten des Heeres und nimmt ihm das tägliche Opfer weg und verwüstet die Wohnung seines Heiligtums. Diese Macht wurde ihm wieder das tägliche Opfer gegeben. Dieses tägliche Opfer besteht aus jeweils einem Abend- und einem Morgenopfer, die zu Beginn, denn der neue Tag beginnt in Israel am Abend, und am Ende eines Tages im Tempel geopfert wurden. Die Zeit, wie lange diese Verwüstung in Jerusalem sein solle, wird nicht in Tagen, sondern in Opfern angegeben. 2300 Abende und Morgen. Dieser Terminus, seine Bedeutung und seine heilszeitliche Einordnung ist Gegenstand der folgenden Kapitel. Daniel 8, Vers 8 folgende. Und der Ziegenbock ward sehr groß, und da er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, Alexander der Große, und wuchsen an seiner Stadt ansehnliche vier, die vier Diadochenkönige, gegen die vier Winde des Himmels. Und aus einem, dem der Seleukiden, wuchs ein kleines Horn, Damaskus. Das ward sehr groß gegen Mittag, nach Süden, gegen Morgen, in Richtung Zweistromland, und gegen das Werteland, Israel. Und es wuchs bis an des Himmels her, das ist der wiedergeborene Überrest in Jerusalem. Und warf etliche davon und von den Sternen, nämlich aus dem Nordreich Israels, zur Erde, und zertrat sie. Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres, Christus, und nahm von ihm weg das tägliche Opfer. Das ist die Anbetung der beiden Zeugen in Jerusalem. Und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Das ist, wenn der Antichrist in Jerusalem einfällt und die beiden Zeugen tötet. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, nämlich um seine eigene Sünde voll zu machen. Das ist die Wahrheit zu Boden schlüge, nämlich das Zeugnis der beiden Zeugen von der Wahrheit in Jesus Christus, und was es tat, ihm gelingen musste. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange soll doch während solch Gesicht von täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer, zertreten werden. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Die folgenden Ausführungen sind kein Dogma, sondern ein Angebot. Sie führen sehr tief in endzeitliche Ereignisse ein. Die jetzt folgenden Ausführungen nachzuvollziehen, erfordert also eine vertiefte Kenntnis der Bibel und ihrer Aussagen. Es genügt nicht, die gängigen Auslegungen zu kennen und zu vertreten, sondern es müssen die in den vorangegangenen Kapiteln gemachten Aussagen nachvollzogen und verstanden worden sein, die zugegebenermaßen nicht den gängigen Auslegungen entsprechen, sondern ihren eigenen Weg im Wort Gottes gesucht und gefunden haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle bislang gemachten Aussagen ineinander greifen, aufeinander aufbauen und meines Erachtens ein homogenes, in sich schlüssiges und sich selbst plausibilisierendes Bild zeichnen. Es sind eben keine Inselerkenntnisse, die einzelne endzeitliche Ereignisse jeweils voneinander isoliert deuten wollen, sondern es wird ein Gesamtbild dieser Ereignisse gezeigt, deren Deutungen immer wieder aufeinander Bezug nehmen und sich gegenseitig ergänzen und absichern. Das macht meines Erachtens den Wert der vorliegenden Arbeit aus. Ihr Ziel ist nach wie vor zu zeigen, dass die Heilige Schrift in allen ihren Aussagen äußerst exakt und durch Gottes Geist eingegeben und bis ins kleinste Detail genial ausformuliert wurde. Diesem Wort mit heiligem Respekt zu begegnen und es als alleinigen und letztgültigen Maßstab zu achten, ist unabdingbare Voraussetzung jeder Auslegung. Es ist Gottes Wort an uns und verdient in jeder Hinsicht diese ehrfürchtige Behandlung. Die hier gemachten Auslegungen sind nicht heilsnotwendig und sie sind vielleicht auch nicht für jedermanns Ohren gedacht. Die Hauptsumme des Wortes Gottes ist die Liebe zu Gott, zu Jesus Christus und zu allen Menschen. Dies vorausgeschickt machen wir uns auf den Weg. Kapitel 25.4.1 Die Wuppertaler Studienbibel Über die Prophetie aus Daniel 8 bezüglich der 2300 Abende und Morgen gibt es kaum Auslegungen in der evangelikalen oder evangelischen Welt. Die Verse sind zu geheimnisvoll, als dass hierüber in üblichen Gottesdiensten gewinnbringend gesprochen werden könnte. Wir betreten hier also mehr oder weniger Neuland, wenn wir uns vertieft mit diesem Text und den dort genannten Fristen auseinandersetzen. Die Adventisten und die Zeugen Jehovas deuten beispielsweise die 2300 Abende und Morgen als Jahre und versuchen dies mit einer Bibelstelle aus Hesekiel oder aus den Psalmen herzuleiten. Dann berechnen sie die Zeit von der Weissagung im Buch Daniel bis in die Neuzeit und kommen auf das Jahr 1844, in dem ein von ihnen sogenanntes Untersuchungsgericht im Himmel begonnen haben soll. Aber hierfür gibt es in der Bibel keinerlei Hinweis. Es ist reine Vermutung, um nicht gar den Begriff der Spekulation zu verwenden. Hierauf soll im Einzelnen nicht eingegangen werden, da die Annahmen, die zum Beispiel die Zeugen Jehovas und die Adventisten treffen, von falschen Voraussetzungen ausgehen. Denn die 2300 Abende und Morgen beziehen sich auf das Abend- und Morgenopfer, die jeweils abends und morgens im Tempel gebracht werden sollten. Die Wuppertaler Studienbibel geht von folgendem aus, dem ich mich grundsätzlich anschließe. Abend und Morgen formen nach 1. Mose 1, Vers 5 zusammen einen Tag. Am Abend und Morgen muss das tägliche Opfer dargebracht werden. 2. Mose 29, Vers 38 folgende. Zählt Vers 14 nach den ausgefallenen Opfern, was sehr wahrscheinlich ist, dann ergeben sich insgesamt 1150 Tage. Diese Zeit von 1150 Tagen passt ausgezeichnet in den Zeitraum zwischen der Tempelentweihung durch Antiochus IV. Epiphanes am 6. Dezember 167 v. Chr. und der Befestigung des Zionsberges durch die Makabea nach 1. Makabea 4, Vers 60. Denn diese Befestigung fällt in den Januar 163 v. Chr. kurz nach der Tempelweihe vom 4. Dezember 164 v. Chr. Die 1150 Tage laufen aber, rechnet man vom Datum der Tempelentweihung 167 v. Chr. an, am 31. Januar 163 v. Chr. aus. Folglich stimmt die Voraussage, dann wird das Heiligtum wiederhergestellt sein. Haben wir oben Antiochus IV. Epiphanes als Vorläufertypus und Modell des Antichristen verstanden, dann müssen wir freilich einen inneren Zusammenhang der 1150 Tage mit den drei Zeiten von Daniel 7, Vers 25 und Offenbarung 12, Vers 14 bzw. mit den 42 Monaten von Offenbarung 13, Vers 5 annehmen. Von den 1150 Tagen ist es jedenfalls nicht mehr weit bis zu den 1260 Tagen, die in Offenbarung 11, Vers 3 und 12, Vers 6 auftauchen. Demnach wird der Antichrist das angefangene Vierteljahr, das 1080 Tage überschreitet, nicht mehr zu Ende bringen. Seine Zeit läuft vorher ab. Eventuell sind diese Zahlen realer, als wir denken. Die Wuppertaler Studienbibel, hier Gerhard Mayer, geht also zunächst davon aus, dass die 2300 Abende und Morgen 1150 Tage bedeuten, was meiner Meinung nach zutreffend ist und aus dem Bibeltext hergeleitet werden kann. Denn der Text in Daniel 8 spricht deutlich von einem täglichen Opfer. Die Frist bis zur erneuten Tempeleinweihung, nach der Anzahl der ausgefallenen Opfer, statt in Tagen anzugeben, entspricht der Heiligkeit des Tempels. Mayer und viele andere weisen darauf hin, dass es für diese Fristangabe von 1150 Tagen eine historische Entsprechung gibt, die zur Zeit der Makabeer durch die Befestigung des Zionsberges geschehen sein soll. Schlussendlich zieht Mayer eine Linie vom historischen Antiochus IV. Epiphanes und den Makabeern bis in die Endzeit und versucht, die 2300 Abende und Morgen mit den dreieinhalb Zeiten bzw. den 42 Monaten in der Offenbarung in Einklang zu bringen, ohne dass es ihm jedoch gelingt. Er vermutet eine Entsprechung, bietet aber keine abschließende Auslegung zu deren Einbettung in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche an. Wie hat Mayer gerechnet? Kapitel 25.4.1.1 Lunisolar oder nach julianischem Kalender. In der Offenbarung verwendet die Bibel bei der Berechnung von Fristen, insbesondere innerhalb der 70. Jahrwoche, eine sogenannte lunisolare Methode, bei der man von einer durchschnittlichen Dauer eines Monats von 30 Tagen ausgeht. Bei einer lunisolaren Berechnung mit Monaten von 30 Tagen sind es ab der Entweihung des Tempels bis zur erneuten Tempelweihe nur 1080 Tage. Selbst wenn man die zeitlich spätere Befestigung des Zionsberges als Stichdatum annehme und diese erweiterte Frist großzügig, nämlich bis zum letzten Tag im Januar 163 v. Chr. ausdehnt, sind es nur 1137 und nicht 1150 Tage. Mayer und andere haben bei ihren Berechnungen aber den julianischen Kalender unterstellt, der zusätzlich die Addition eines Schalltags zuließe. Unter dieser Prämisse sind es vom 6.12.167 v. Chr., als Antiochus Epiphanes den Tempel entweit hat, bis zur erneuten Tempelweihe durch die Makabea am 4. Dezember 164 v. Chr. 1091 Tage. Das ist aber zu kurz, denn der Engel in Daniel spricht von 1150 Tagen. Hilfsweise geht man daher von dem Datum der Befestigung des Zionsberges aus, der aber ohne taggenaue Angabe in den historischen Quellen lediglich mit Januar 163 v. Chr. angegeben wird. Unterstellt man, dass der erste und der letzte Tag, also der Tag der Tempelentweihung durch Antiochus und der 31. Januar 163 v. Chr. mitgezählt werden, dass ein Schalltag enthalten ist, den es zu der Zeit allerdings noch nicht gab, und dass die Befestigung des Zionsberges gemeint und diese erst am letzten Tag des Jahres 163 v. Chr. fertiggestellt wurde, kommt man tatsächlich auf 1150 Tage. Hier folgt im Buch eine ausführliche Tabelle mit der Berechnung der Tage. Es ist wichtig zu wissen, dass die Berechnung eines Jahres mit 364 Tagen und einem alle vier Jahre eingesetzten Schalltag erst im Jahr 45 v. Chr. durch Julius Cäsar mit dem julianischen Kalender eingeführt wurde. Bei der Berechnung der 2300 Abende und Morgen nach julianischem Kalender, auf den die Wuppertaler Studienbibel Bezug nimmt, müssen sowohl der Tag der Entweihung des Tempels als auch der Tag der erneuten Weihe berücksichtigt werden, wodurch zwei Tage hinzukommen. Zusätzlich wird statt der Tempelweihe die Befestigung des Zionsberges unterstellt, was der Engel aber nicht als Stichtagsereignis angibt. Für die Befestigung des Zionsberges wird zudem der späteste Termin im Januar 163 v. Chr. nämlich der 31. Januar angesetzt. Bei Annahme aller dieser Prämissen ergeben sich tatsächlich 1150 Tage. Ob man diese ganzen Annahmen aber bei der Berechnung der 2300 Abende und Morgen unterstellen darf und ob das der Engel in Daniel 8 gemeint hat, bleibt offen und durchaus auch strittig. Kapitel 25.4.2 2300 Abende und Morgen in der 70. Jahrwoche Tatsächlich ist die Berechnung der 2300 Abende und Morgen für die Zeit von Antiochus Epiphanes auch gar nicht unser Problem. Denn der Engel sagt, dass dieses Gesicht für die Zeit des Endes gilt. Aber das war nicht die Zeit des Historischen, sondern wird die Zeit des Endzeitlichen Antiochus sein. Der Engel sagt, dass dieses Gesicht wahr ist. Es muss also passen, ohne dass man den Eindruck hat, dass es irgendwie hingerechnet wurde. Natürlich sind die antiken Entsprechungen frappierend, aber sie sind nicht das, was der Engel meint. Verlassen wir jetzt also die Berechnung der Tage in der Antike und wenden uns der 70. Jahrwoche zu. Denn die Lösung für unsere Frage nach den 1150 Tagen besteht darin, diese Weissagung nicht für die Zeit des historischen Antiochus anzusetzen, sondern sie in die Zeit des Endes zu portieren. Die Formulierung 2300 Abende und Morgen bezieht sich auf das tägliche Abend- und Morgenopfer, die beide, jeweils abends und morgens, im Tempel dargebracht wurden. Es kann sich hier schlechterdings nicht um 1150 oder gar 2300 Jahre handeln, denn Daniel 8 sagt, dass das kleine Horn das tägliche Opfer wegnahm. Diese Formulierung, das tägliche Opfer, wird in Vers 12 und in Vers 13 noch einmal erwähnt. Es muss bei dieser Frist also ganz offensichtlich um Tage und nicht um Jahre gehen. Wenn aber insgesamt 2300 Opfer dargebracht werden und eines davon am Abend und eines am Morgen stattfindet, handelt es sich also um eine Frist von 1150 Tagen, rund 38,33 Monate. Wenn diese Frist verstrichen ist, wird das heilige wieder geweiht werden, so sagt Daniel 8 Vers 14. Die zweite Hälfte der Jahrwoche dauert laut Offenbarung 13 Vers 5 ungefähr dreieinhalb Jahre. Laut Daniel 12 reicht sie sogar bis zum Tag 1290 bzw. bis zum Tag 1335. Die zeitliche Differenz zwischen 1150 Tagen und den übrigen in der Bibel genannten Fristen stellen sich wie folgt dar. Dann folgt dem Buch eine Tabelle. Wenn also die 2300 Abende und Morgen in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen und mit den für diese Zeit in der Bibel angegebenen Fristen in Verbindung gebracht werden, fehlen rund fünf Monate. Diese fehlende Zeit wird in Offenbarung 9 in der fünften Posaune als eine Frist von fünf Monaten gleich zweimal erwähnt, so als ob Gott diese Angabe für wichtig hält und deshalb besonders betont. Und der fünfte Engel Posaunte, und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang, und ihre Macht war zu beschädigen diese Menschen fünf Monate lang. Addiert man nun die 1150 Tage mit den 150 Tagen der fünf Monate, erhält man 1300 Tage, was 43,33 Monate bzw. rund dreieinhalb Jahre sind. Daniel sagt in Kapitel 8 Vers 14, dass nach den 2300 Abenden und Morgen, 1150 Tagen, das Heiligtum wieder geweiht werden wird. Da aber die Tempelweihe ein Ereignis der Vollendung des Planes Gottes und die endliche Wiederherstellung des Tempels ist, ist anzunehmen, dass die 1150 Tage am Ende der 70. Jahrwoche liegen und die noch fehlenden fünf Monate an deren Anfang. Die Zuordnung dieser Zeiten und die in diesen Zeiten enthaltenen Vorgänge sind Inhalt der folgenden Kapitel. Kapitel 25.4.3 Zeitachse In Daniel 8 sagt der Engel zu Daniel, dass Jerusalem 2300 Abende und Morgen zertreten wird. Zeitlich kann diese Zertretung des Heiligtums, wie schon gesagt, nur in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen, denn in der ersten Hälfte der Jahrwoche werden die beiden Zeugen eine Zerstörung Jerusalems und eine Zertretung des Heiligtums aufgrund ihres Auftrags und ihrer Vollmacht nicht zulassen. Erstellen wir vor diesem Hintergrund jetzt eine Zeitachse zur 70. Jahrwoche. Dann folgt im Buch eine Grafik. Die 70. Jahrwoche ist in zwei Hälften von jeweils dreieinhalb Jahren unterteilt. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die erste Hälfte der Jahrwoche exakt 1260 Tage dauert, während die Bibel für die zweite Hälfte unterschiedliche Zeitangaben macht. Die Offenbarung spricht von 42 Monaten oder von zwei Zeiten und einer Zeit und einer halben Zeit, also offensichtlich nur von ungefähr dreieinhalb Jahren. Dann folgt wieder eine Grafik. Die 70. Jahrwoche beginnt mit der Wiedergeburt Jerusalems. Das Haus David und die Bürger Jerusalems kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie werden wiedergeboren. Dann folgt erneut im Buch eine Grafik. Sie verkündigen der Welt in großer Vollmacht 1260 Tage lang das Evangelium Jesu Christi aus Jerusalem. Nach 1260 Tagen werden sie ihren Dienst beendet haben und vom Antichristen getötet. Dann wieder eine Grafik. Daniel nennt zudem zwei Fristen von 1290 und 1335 Tagen, die ebenfalls in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen müssen. Erneut eine Grafik. In diese Struktur muss nun die Frist der 2300 Abende und Morgen aus Daniel 8 eingeführt werden. Da an ihrem Ende der Tempel geweiht wird, kann sie nur in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen und zwar so, dass ihr Ende mit dem Ende der 70. Jahrwoche zusammenfällt. Diese 2300 Abende und Morgen beschreiben eine Frist von 1150 Tagen oder rund 38 Monaten. Die zweite Hälfte der Jahrwoche wird aber regelmäßig mit 42 Monaten, dreieinhalb Zeiten oder auch 1290 bzw. 1335 Tagen beschrieben. Dann fehlen aber zwischen der Mitte der 70. Jahrwoche und dem Beginn der 2300 Abende und Morgen noch vier Monate. In diese Lücke setzen wir jetzt die fünf Monate ein, die in Offenbarung 9 in der fünften Posaune zweimal genannt werden und lassen die 1150 Tage unmittelbar daran anschließen. Jetzt müssen wir die 1150 Tage noch einen Monat nach hinten verschieben, denn diese fünf Monate entsprechen nach biblischer Zählweise 150 Tagen. Wenn diese 150 Tage zu den 1150 Tagen aus den 2300 Abenden und Morgen hinzugezählt werden, entsteht eine Zeitspanne von 1300 Tagen. Am Ende dieser 1300 Tage wird der Tempel wieder geweiht werden. Somit haben wir nun für die Endzeit drei Stichtage. Die 1290 Tage und die 1335 Tage, beide aus Daniel 12 und zusätzlich 1300 Tage aus der hier abgeleiteten Sichtweise. Tatsächlich geschehen am Ende der 70. Jahrwoche drei große Ereignisse. Die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg, die Entrückung der Gemeinde und die erneute Weihe des Tempels sowie das Versammeln der Völkerschaften im Tal Josaphat. Innerhalb der sieben Siegelgerichte findet man, wie oben schon angedeutet, drei Weherrufe. Es ist naheliegend, diese drei Weherrufe den oben genannten Stichtagen wie folgt zuzuordnen. Am Tag 1290 erfolgt die Gemeinde Jesu Christi. Am Tag 1300 erfolgt die Weihe des Tempels der Stadt Jerusalem. Am Tag 1335 erfolgt das Versammeln der Völkerschaften unter dem Antichristen im Tal Josaphat und die Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg. Dann folgt wieder eine Grafik. Warum die Zuordnung der oben genannten Stichtage zu den jeweiligen Ereignissen wie vor erfolgt, wird gleich verständlich. Der sehr dynamische Ablauf der endzeitlichen Ereignisse während der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche wurde in einem der vorigen Kapitel bereits gezeigt. Hier soll nun noch argumentiert werden, warum die Zeit der Herrschaft des falschen Propheten über Jerusalem fünf Monate dauert, bis der König des Südens nach Jerusalem kommt und die Stadt für sich einnimmt. Kapitel 25.4.4 erneut Gal. Oben haben wir gesehen, dass erstaunlicherweise der König des Südens die Provokation gegen den König des Nordens beginnt. Das Ereignis, mit dem er den König des Nordens provoziert, ist, dass er Jerusalem vom Antichrist abtrünnig macht. Aber wann geschieht das? Wenn wir die Geschichte in Richter 9 mit Abimelech und Gal auf den Antichristen und den falschen Propheten deuten und das in Verbindung mit den noch fehlenden fünf Monaten bringen, können wir die fünfte Posaune und deren in Offenbarung 9 geäußerte Dauer von fünf Monaten an den Anfang der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche stellen und gleichzeitig in Jerusalem verorten. Es ist die Zeit, in der der falsche Prophet ab der Mitte der 70. Jahrwoche in Jerusalem für fünf Monate seine okkulte Schreckensherrschaft ausübt. Dann liegt der Zeitpunkt, an dem der König des Südens Jerusalem erobert, am 150. Tag nach dem Beginn der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Kapitel 25.4.5 Zusammenstellung Für die Dauer der zweiten Hälfte der Jahrwoche nennt die Bibel, wie schon erwähnt, mehrere Fristen. Sie dauert ungefähr dreieinhalb Jahre und ist, laut Daniel 8, sowie der in der fünften Posaune genannten Frist, in 2300 Abende und Morgen und in fünf Monate unterteilt, bis schlussendlich das Heiligtum wieder geweiht werden wird. Dann folgt im Buch eine Tabelle. So ergibt sich die folgende Tabelle mit den Zeitangaben und der Verortung der fehlenden fünf Monate bzw. der fünften Posaune aus Offenbarung 9. Was genau mit der Weihung des Heiligtums gemeint ist, sehen wir später. Damit können wir jetzt auch die einzelnen Ereignisse während der Jahrwoche zuordnen. Kapitel 25.4.6 Die Reihenfolge der Ereignisse in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Welche Ereignisse sind am Ende der 70. Jahrwoche zu erwarten und welche Fristen können wir ihnen zuordnen? Zunächst gibt es eine Frist von fünf Monaten sowie eine weitere von 2300 Abenden und Morgen, nach denen laut Daniel 8 das Heiligtum wieder geweiht werden wird. Diese Frist beträgt zusammen 1300 Tage. Außerdem ist natürlich in der Endzeit die Entrückung und die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit zu erwarten, wenn er den Antichristen und sein Heer besiegen wird und sein Reich aufrichtet. Die in Daniel erwähnten Fristen sind 1290 Tage und 1335 Tage. Alle diese Ereignisse liegen sehr nahe zusammen und wir haben oben gesehen, dass die Entrückung, der Angriff des Antichristen auf Jerusalem, die Bußversammlung in Jerusalem und die Wiederkunft Jesu Christi die Stichtage sind, die zuzuordnen sind. Ich gehe dabei von folgender Reihenfolge aus. Dann folgt wieder eine Tabelle. In der Mitte der 70. Jahrwoche erobert der Antichrist Jerusalem und töte die beiden Zeugen. Er lässt den falschen Propheten in Jerusalem zurück, der dort für fünf Monate grausam und Okkult herrscht und ein Gräuelbild aufrichtet, für das er Anbetung einfordert. Am Tag 150 der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche kommt der König des Südens, Gal, und nimmt Jerusalem ein, worauf der Antichrist, der König des Nordens, gegen Jerusalem zieht, Gal vertreibt und Jerusalem bis auf die Grundmauern zerstört. Nun beginnt die Frist von 1150 Tagen zu laufen. Jerusalem liegt in dieser Zeit vollkommen verheert, verwüstet und unbewohnt da. Nur die Leichen der beiden Zeugen liegen dort unbegraben auf der Straße der großen Stadt. Am Tag 1290 geschieht die Entrückung. Christus entrückt alle Wiedergeborenen aus der ganzen Welt zu sich in die Wolken. Matthäus 24, Vers 30 folgende Und als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, und werden sehen kommendes Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Das war am Tag 1290. In den zehn Tagen bis zum Tag 1300 bekehren sich die zu dem Gott des Himmels, die die Entrückung gesehen haben. Sie ziehen in den auf die Entrückung folgenden zehn Tagen nach Jerusalem und verschanzen sich dort vor dem Antichristen. Am Tag 1300 wird laut Daniel 8 der Tempel geweiht. Das heißt, in Jerusalem findet eine große Bußversammlung statt. Diese Buße ist die Weihe des Tempels, nämlich der Stadt Jerusalem. Hiervon spricht zum Beispiel der Prophet Joel. In den 35 Tagen zwischen dem Tag 1300 und dem Tag 1335 zieht der Antichrist mit seinem riesigen Heer nach Jerusalem, um die Stadt und deren Einwohner endgültig und für immer zu vernichten. Am Tag 1335 kommt dann Christus wieder in Macht und Herrlichkeit mit seiner Leibesgemeinde. Kapitel 25.4.7 Die Reihenfolge der Ereignisse Die Reihenfolge der Ereignisse in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche ist in Anlehnung an Richter 9 wie folgt. Nach genau 1260 Tagen der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche endet der Dienst der beiden Zeugen. Der Antichrist kommt nach Jerusalem und tötet sie. Er setzt sich in die Stadt hinein und gibt sich als Gott aus. Danach lässt er den falschen Propheten dort als seinen Stadthalter zurück und zieht wieder nach Damaskus. Der falsche Prophet übt fünf Monate lang seine okkulte Schreckensherrschaft aus. Von dieser Zeit spricht die fünfte Posaune. Nach fünf Monaten kommt der König des Südens und macht die Stadt von ihm und dem Antichristen abtrünnig. Damit ist die Schreckensherrschaft des falschen Propheten zunächst unterbrochen. Das ist die Zeit, die Gott verkürzt, so wie Jesus in Matthäus 24, Vers 22 sagt, und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig, aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. So wie Sebul informiert auch der falsche Prophet den Antichristen über den Bund Jerusalems mit dem König des Südens. Der König des Nordens stürmt gegen die Stadt, Richter 9 Abimelech stürmt nach Sichem und erobert Jerusalem zurück. Er zerstört und verwüstet Jerusalem vollkommen. Jerusalem bleibt für 1150 Tage unbewohnt, ohne tägliches Opfer und verwüstet zurück. Der Antichrist zieht dann weiter nach Süden, besiegt den König des Südens und erobert dessen Land Ägypten. Neben Ägypten erobert er auch Libyen und Kusch. Auf diesem Siegeszug hört er dann Gerüchte aus Norden und Osten, weil das Neo-Assyrische Reich von Norden angreift, Nordisrael einnimmt und Damaskus zerstört. Er lagert sich in der Ebene Jesrael und erwartet den Angriff des Antichristen. Der Antichrist hört laut Daniel 11, Vers 44 davon, unterbricht seinen Siegeszug und eilt zurück nach Norden in die Ebene Jesrael, wo er die endzeitliche Entscheidungsschlacht gegen die Neo-Assyrer schlagen will. Aber die Schlacht findet nicht statt. Am Tag 1290 geschieht nämlich die Entrückung der beiden Zeugen und aller derer, die noch leben und übrig geblieben sind. Paulus sagt, dass der Herr selbst mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herniederkommen wird. Dann werden die Toten in Christo, die beiden Zeugen, zuerst auferstehen. Danach werden die, die noch leben und übrig geblieben sind, zum Beispiel der Überrest in der Wüste, siehe Offenbarung 12, zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Dieses Ereignis der Entrückung ist derart eindrücklich, dass die, die sie sehen, zu dem Gott des Himmels umkehren und ihm die Ehre geben. Offenbarung 11. Damit sind sie aber erneut vom Antichristen abgefallen. Sie flüchten dann in die Ruinen der Stadt Jerusalem und verschanzen sich dort gegen den Antichristen. Am Tag 1300 ist in Jerusalem eine große Bußversammlung, in der die an Gott gläubigen Israeliten Buße tun und zu ihm um Hilfe schreien. Joel 2. Das ist der Tag, an dem der Tempel wieder geweiht wird. Jetzt sind 2300 Abende und Morgen vergangen. Die Weihe des Tempels, Daniel 8, besteht in der Herzensbuße der Israeliten in der verwüsteten Stadt Jerusalem unmittelbar vor dem Ansturm der Heere des Antichristen und der Herabkunft Christi. Das ist der Grundstein, auf dem der Tempel des tausendjährigen Reichs errichtet wird, Herzensbuße und Umkehr des Volkes Israel. Schön. Dann zieht der Antichrist zu der letzten Schlacht gegen Jerusalem, um die Stadt, die sich schon wieder gegen ihn erhoben hat, endgültig zu zerstören. Sein komplettes Heer und damit alle Völker versammeln sich dann im Tal Josaphat, wie Joel das beschreibt, und belagern die in der Stadt eingeschlossenen Israeliten. Am Tag 1335 kommt dann endlich Christus in Macht und Herrlichkeit vom Himmel auf den Ölberg herab. Der Ölberg teilt sich und die Bußversammlung flüchtet in das Tal zwischen den beiden Bergen, Zacharja 14, Vers 4. Christus besiegt den Antichristen und seine Heere, befreit seine Stadt Jerusalem und sein Volk Israel, wirft den Antichristen und den falschen Propheten in den feurigen Pfuhl und richtet sein Reich auf. visit dindruckend. zwext 5 doo Vielen Dank.